Fighting Against Myself Eine Taddle-Fanfiction Die 17-jährige Elizabeth staunlich schlecht, als sich der Sohn der Bekannten ihrer Mutter als Thaddeus Tiax, wo der Beste Bekannte als Taddle, herausstellt. Sie beide sind ziemlich schüchtern in Persönlichkeiten, die sich jedoch relativ schnell anzufreunden scheinen. Aber während Taddle seinen inneren Dämon schon vor Jahren bekämpft hat, steigt Liz noch mitten im Gefecht.